Ich bin leider eine Vogeldiff. Ich habe mich impfen lassen, um meine Familie zu schützen, um die Bewohner der Einrichtung zu schützen und um mich wärmer zu schützen. Und weil man durch die Impfung einen Beitrag dazu stellen kann, wieder ein normales Leben zu führen. Ins Zulagen gehen, ins Kino gehen und auch mal wieder ins Fußballsteiger zu gehen.